Hallo, ich bin die Sandra Weissenbacher und bin in der Salzburger G für die Lehrlinge zuständig, für deine Zukunft zuständig. Was du für eine coole Lehre bei uns brauchst, erfährst du gleich. Wir bilden 15 bis 20 Lehrlinge pro Jahr aus, unter den Schwerpunkten Elektrotechnik, Kommunikationselektronik, Metalltechnik und die kaufmännischen Lehrberufe. Die Salzburger G ist ein cooler Arbeitgeber, weil wir ein vielseitiger Arbeitgeber sind. Die Lehrlinge dürfen bei uns in die verschiedensten Abteilungen gehen. Wir haben 80 Jahre Erfahrung für die Lehrlingsausbildung. Wir sind ein Top-Lehrlingsausbilder. Wir haben eine finanzielle Unterstützung für die Lehrlinge, wenn sie in der Schule eine gute Schulleistung bringen. Wir suchen junge, zielstrebige, motivierte Lehrlinge, die so richtig Lust haben, bei uns zu arbeiten. Wir bieten den Lehrlingen eine moderne Arbeitsstätte, eine neue Lehrwerkstätte, die in Zukunft auch eine Tablet-Klasse sein soll. Unter anderem haben wir auch Aktions- und Thementage. Wir waren einmal mit den Lehrlingen in Wien im Parlament. Wir haben heuer einen Lehrausflug gehabt in Saalbach-Hinterklamm im Kletterpark. Wir haben Rhetorik- und Präsentationskurse. Die Lehrlinge im dritten Lehrjahr dürfen ihre Weihnachtsfeier selber organisieren. Wir haben auch einen Redewettbewerb, da wollen wir vorab Coachings anbieten. Und natürlich vieles mehr, das, was beim Tag der Lehre alles erfahren kann.